Ich habe vor kurzem von Frank eine E-Mail bekommen, der meinte, wenn ich deine Kalendertabellenfunktion benutze, dann ergeben meine DAX-Kalkulationen keinen Sinn mehr. Da kommt nur Zeug raus, das ich nicht verstehe. Kannst du mir helfen? Und nachdem ich seine Mail gelesen hatte, war mir relativ schnell klar, was dort passiert. Und daraufhin folgte ein 15-minütiges Telefonat, in dem ich mit Frank geklärt habe, was die Ursache für seine falschen Kalkulationen ist und wie er diese beheben kann. Und während ich das erklärte, habe ich festgestellt, wie viele unterschiedliche Konzepte man dafür verstanden haben muss, um darauf zu kommen, was das Problem ist und wie man es lösen kann. Und deswegen glaube ich, wenn du dich ernsthaft mit Power BI beschäftigst, ist dieses Video für dich sehr, sehr sinnvoll zu schauen. Deswegen freue ich mich auf dich nach dem Intro. Bis gleich. Moin und schön, dass du da bist. Mein Name ist Lars und in diesem Video möchte ich nicht wie sonst in meinen Videos sofort mit einer Problemstellung und der dazugehörigen Lösung aufwarten, sondern heute möchte ich mich mit dir erst mal langsam an die Problemstellung heranarbeiten. Die ist nämlich nicht so einfach zu kapieren, bevor wir uns dann mit der Lösung beschäftigen, die auch nicht ganz so simpel ist. Zumindest vom Verständnis nicht. Schauen wir gemeinsam erst mal auf das, was Frank mir über den Zaun geschmissen hat. Und dafür schauen wir hier in das Datenmodell. Frank hatte folgendes Szenario. Er hatte eine Fakten-Tabelle, in der er Werte hat, Euro-Beträge, die aufzuaddieren sind und dazu aber mehrere Datumsspalten vorhanden waren. Ich gehe einfach mal in diese Tabelle hinein. Die Kalender-Tabelle brauche ich jetzt nicht. Wir nehmen die hier. Die Tabelle heißt Bestellung, Versand und Storno. So, wir haben jetzt hier innerhalb einer Tabelle Euro-Beträge aufgegliedert nach den entsprechenden Produkten. Das könnten Kunden sein, das könnten Verkaufsstellen sein, ist völlig egal was. Aber wir haben drei Datumsspalten. Wir haben einmal ein Bestelldatum, wir haben ein Versanddatum und ein Storno-Datum. Und wie du bei einem Storno-Datum schon sehen kannst, haben wir das eben nur da, wo auch wirklich storniert wurde. Und ich scrolle schlichtweg mal ans Ende der Tabelle. Wir haben nur 55 Datensätze. Und wir sehen hier, wir haben heute den 3. September 24, der Tag, an dem ich aufnehme. Und für den 3. September 24 haben wir eben auch noch nicht überall ein Versanddatum. Wenn man am heutigen Tag bestellt, muss die Ware ja nicht auch sofort rausgehen. Dementsprechend haben wir drei Datumsspalten, die nicht überall gefüllt sind. Warum ist das problematisch? An welcher Stelle kann das problematisch sein? Wir haben hier im Modell eben auch noch unsere Kalender-Dimensionen, die im Übrigen auf meiner Kalender-Tabelle, für die ich die Power Query-Funktion geschrieben habe, basierte. Die findest du hier oben unter diesem Link, wenn es dich interessiert. Und Frank hatte Folgendes getan. Er hat dieser Dimension drei unterschiedliche Rollen gegeben. Man spricht an der Stelle von einer sogenannten Role-Playing-Dimension. Warum Rollen? Was bedeutet das? Wir haben zwischen diesen beiden Tabellen ja nur die Möglichkeit, eine aktive Beziehung zu ziehen. Die Vertipack-Engine hinter Power BI macht das erforderlich, dass es hier nur eine durchgezogene Linie geben kann. Und in dem Fall ist es so, dass immer dann, wenn auf Basis der Kalender-Tabelle ein Filter in deinem Bericht aufgebaut wird, weil du einen Jahresfilter im Slicer hast oder weil du eine Zeilenbeschriftung in deiner Matrix basierend auf der Datumsspalte hast, immer dann fließt hier ein Filter zur Fakten-Tabelle. Jetzt werden die Datensätze der Fakten-Tabelle eingeschränkt und dann kann aggregiert werden, zum Beispiel über die Wertspalte. Und das darf eben nur auf einem Spaltenpaar passieren, in dem Fall auf Basis von Datum und Bestelldatum. Das ist das, was ich hier im Modell definiert habe. Du siehst hier aber noch zwei weitere gestrichelte Linien, eben nicht durchgezogene Linien. Das sind inaktive Beziehungen, weil ich so etwas auch noch gemacht habe für Storno und das Versanddatum. Versanddatum. Zwischen denen habe ich auch Beziehungen gezogen, also zwischen der jeweiligen Datumsspalte und der Datumsspalte der Kalendertabelle. Es kann aber immer nur eine aktiv sein zur Laufzeit oder per Default hier im Modell und deswegen ist das hier eben das Bestelldatum. Was ist aber, wenn ich einen Filter auf der Kalendertabelle setzen möchte und möchte, dass es eben auf Basis der Storno-Spalte oder der Versanddatumsspalte einen Filter setzt, dann kann ich das mit DAX übersteuern, dann kann ich eine entsprechende inaktive Beziehung zur Laufzeit der Berechnung des Measures aktiv setzen und dementsprechend wird dann die andere aktive Beziehung zur Laufzeit des Measures inaktiv. Es wird nicht hier umgeschaltet, man kann das im Modell nicht sehen, aber zur Berechnungszeit des Measures passiert das und danach wird es wieder auf den Default zurückgesetzt. So, schauen wir in den Bericht, gucken wir uns das Ganze mal an, was das zur Folge hat. Frank hatte aus der Kalendertabelle die entsprechenden Werte genommen. Ich hole mir jetzt hier mal die Datumsspalte vorne rein und du siehst, hier werden jetzt alle Tage des kompletten Jahres abgebildet. Ich kann runterscrollen bis zum letzten Dezembertag, weil wir noch keine Werte in die Visualisierung gezogen haben. Ich habe dann hier oben einmeasured, dass ich Summe Bestellungen genannt habe und das könnte einfacher nicht sein. Das ist schlichtweg die Summe über die Wertspalte der Tabelle Bestellungen, Versand und Storno. Das kann ich machen, weil diese Beziehung hier eben die aktive ist. Das heißt, wenn ich in der Kalendertabelle einen Filter setze und allein die Zeilenbeschriftung hier ist bereits ein Filter, dann wird entsprechend der Filter über diese Beziehung an die Fakten-Tabelle geschickt. Es werden die Datensätze auf den aktuellen Filter eingeschränkt und dann kann ich eben über die Wertspalte summieren. So, ich hole mir jetzt dieses Summe Bestellungsmeasure mal hier rein und du siehst, 31. August aus der Kalendertabelle ist als Filter an die Fakten-Tabelle geschickt worden und dann wurde eine Summe über die übrigen Datensätze gebildet. Dadurch kommen wir auf 45.000. Für die anderen Tage, die jetzt hier nicht mehr angezeigt werden, beispielsweise aus dem Dezember, hat das Gleiche stattgefunden, aber da gab es eben kein Gegenstück in der Fakten-Tabelle. Deswegen werden diese Zeilen direkt unterdrückt und wir haben jetzt hier nur vier Zeilen in der Visualisierung. Als nächstes wollte Frank die Bestellungen des heutigen Tages haben. Ich sage immer, dass Frank das wollte. Frank hatte ein anderes Modell, aber ich spreche mal in seinem Namen. Wir wollen jetzt ermitteln, welche Bestellungen es am heutigen Tag gibt. Und dafür hat meine Kalendertabelle eine spezielle Spalte. Wenn ich jetzt in meiner Kalendertabelle sage, ich suche nach der Spalte Relativer und dann hier Tag, dann kann ich da mal draufklicken und lande dadurch dann auch sofort dort. Und hier habe ich eben eine Spalte, die, wenn die Power-Query-Abfrage, die diese Tabelle produziert, aktualisiert wird, dann wird geguckt, welche Zeile entspricht dem heutigen Tag. Die kriegt den Wert 0. Der Tag davor kriegt den Wert minus 1, der Tag danach kriegt den Wert plus 1 und so weiter. Deswegen haben wir hier, das hier sind quasi 246 Tage vor dem heutigen Tag, während das in die andere Richtung natürlich dann schon mal in die Zukunft guckt. Das heißt, wenn ich hier auf den Wert 0 filter, ist gleich 0 und mal nach ganz links gehe, siehst du, dass hier der Datensatz für den heutigen Tag übrig bleibt. Das heißt, wenn ich diese Spalte auch in einem Measure auf relativer Tag gleich 0 filtere, dann wird die immer, sofern die Abfrage regelmäßig refreshed wird, also täglich, dann wird die immer auf den aktuellen Tag gucken. So, das wollte Frank tun und hat dafür ein entsprechendes Measure geschrieben. Ich habe das hier Summebestellungen heute genannt und das macht das. Es wird das Measure wiederverwendet, das wir schon haben. Ich muss den Code ja nicht doppelt schreiben. Und über Calculate wird der Filterkontext dieser Berechnung verändert, modifiziert. Und hier wird eben gesagt, ja, berechne mir diese Summe, aber nur für den Fall, dass in der Kalendertabelle der relative Tag gleich 0 ist. Wir also auf heute gucken. So, und wenn ich das Ding hier reinziehe, was ich erwarten würde, wir haben heute den 3. September, ist das hier irgendwie die 57.557 Euro wieder auftauchen, und zwar nur dort. Und wenn ich hier oben den Haken setze, dann, siehe da, taucht auch nur dieser Wert auf und auch das Gesamtergebnis wirft nur den Wert für den heutigen Tag aus. Das ist das, was ich erwarten würde. Das ist das, was passiert. Soweit so unspektakulär. Jetzt wollte Frank eben auch den Versand abbilden. So, und wenn ich hier mal draufgehe, dann muss ich ja dafür sorgen, dass im Falle des Versandes ich die Beziehung anders setze. Das also nicht auf Basis der Bestellspalte, Bestelldatumsspalte gefiltert wird, sondern auf Basis der Versanddatumsspalte. Das mache ich, indem ich hier, wie eben auch, die Summe über die Wertspalte bilde, aber über Calculate den Filterkontext modifiziere und hier eben über die UseRelationship-Funktion dafür sorge, dass der Filter gesetzt wird auf Basis der Datumsspalte der Kalendertabelle, aber eben nicht der Bestelldatumsspalte der Faktentabelle, wie es per Default im Modell definiert ist, sondern auf Basis dieser hier, nämlich der Versanddatumsspalte. UseRelationship stellt das nicht dauerhaft um, sondern nur zur Berechnungszeit dieses Measures. Ansonsten gilt weiterhin der Default auf der Bestelldatumsspalte. So, das Ding hole ich mir hier mal rein. Zunächst einmal, den Freund hier gucken wir uns gleich im Detail an. Zunächst einmal schauen wir uns das hier an. Nehmen wir mal den 1. September. Dass das hier funktioniert mit dem neu gesetzten Filter, sehe ich schon allein daran, dass die Summe des Versandes für den 1. September nicht 40.249 entspricht, sondern 63.334, also ein anderer Wert als über die Bestellung. Das heißt, der Filter ist jetzt offensichtlich ein anderer. Ob es der richtige ist, müsste man jetzt im Detail prüfen. Ich kann dir sagen, es ist so. Aber er ist anders. Die Gesamtsumme bleibt dieselbe, weil ich hier keinen externen Filter drauf gesetzt habe, der das irgendwie einschränkt. Wenn ich jetzt hier gesagt hätte, nur September beispielsweise, wäre ja auch die Gesamtsumme geringer, weil im August haben wir zwar Bestellungen, aber wir haben keinen Versand und keine Stornung. Dann wäre auch die Gesamtsumme verschieden. Passiert hier nicht. So viel zum Verändern des Filters. Aber der Kumpel hier, das Ding, das ist komisch. Und da möchte ich kurz darauf eingehen, was das bedeutet. Wir haben ja hier einen leeren Wert stehen. Und hier stehen nicht unerhebliche 48.653 Euro drin. Wir haben ja Folgendes. Die Kalendertabelle, da muss ich jetzt nochmal im Detail mit dir rein. Genau, hier muss ich mal den Filter, alle Filter löschen. Die Kalendertabelle umfasst 366 Tage. Und zwar alle Tage des Jahres 2024. Wir haben Schaltjahr, deswegen einen Tag mehr als gewöhnlich. So, mehr ist hier nicht drin. In der Fakten-Tabelle, und auf die muss ich jetzt mal draufgehen, haben wir, ich habe jetzt hier oben bei der Versanddatumsspalte den Filter angeklickt, vier verschiedene Werte. Den 1. September, den 2. September, den 3. September und leer. Leer ist in dem Fall auch ein Wert. Und für leer gibt es kein Counterpart in der Dimension. Also hier der Filter drauf und in der Kalendertabelle gibt es kein Gegenstück zu leer. Das gleiche Problem hätten wir, wenn hier Datumswerte schon für 2025 drin stünden, zu denen es ja auch noch keine Werte in der Kalendertabelle gibt. Unabhängig davon, dass da leer drin steht, es könnten auch einfach andere Werte sein, die nicht in der Dimension stehen. So, wir haben ja, zurück zum Bericht, hier in der Zeilenbeschriftung unsere Datumsspalte aus der Kalendertabelle genommen. So, da gibt es nur diese, da gibt es alle Tage von 2024. Was machen wir denn jetzt mit diesen 48.000, die einem Wert entsprechen, den es in der Kalendertabelle nicht gibt? Lassen wir die einfach weg? Dann würden auch unsere 180.000 hier nicht mehr aufgehen. Dann hätten wir hier ein bisschen mehr als 130.000 stehen. Die Gesamtsumme wäre falsch, wenn wir diese Zeile hier einfach weglassen würden. Deswegen sagt das DAX-Team von Microsoft richtigerweise, naja, dem müssen wir was gegenüberstellen. Referenzielle Integrität wahren. Auf der Many-Side der Beziehung sind Attribute, Ausprägungen, Werte drin, die es auf der One-Side der Beziehung in der Dimension nicht gibt. Also stellen wir dem was gegenüber. Und dafür steht diese Leerzeile, die einfach sagt, ich bin der Sammeltopf für alles, was es in der Faktentabelle nicht gibt, in der Schlüsselspalte, Versanddatum, aber in der Dimension nicht. So, das heißt, inhaltlich ergibt das schon total Sinn, dass das hier steht. Wir kommen nachher darauf, wie man das besser lösen könnte, damit man das Problem nicht immer hat. So, wir haben jetzt hier von dieser Leerzeile in der Kalendertabelle gesprochen, die Power BI da baut. Jetzt gehen wir mal in die Kalendertabelle. Ich sehe hier nach wie vor diese 366 Werte. Und wir haben jetzt hier, ich gehe mal in den Februar, wir haben hier nun mal auch den 29. Februar drin. Das Jahr hat 366 Tage. Woher weiß ich denn, dass hier so eine Leerzeile drin ist? Ich kann sie nirgendwo sehen. Ich kann hier scrollen, wie ich will. Sie ist nicht da. Ich werde sie auch nie sehen. Sie ist nicht optisch sichtbar. Die DAX-Engine baut das nur während der Kalkulation. Ich kann aber rankommen. Ich kann sehen, dass sie existiert. Und zwar habe ich mir dafür zwei Measures geschrieben. Nämlich einmal das Measure Anzahl Datensätze Kalender ohne Blank und einmal mit Blank. Das ohne Blank ist schlichtweg ein distinktes Zählen über die Datumsspalte. Also die Funktion Distinct erzeugt eine Tabelle. In dem Fall hier die distinkte Auflistung der Datumswerte. Und darüber zähle ich. Mit anderen Worten, wenn ich das jetzt hier reinhole, lande ich auch bei 366. So, ich müsste jetzt irgendwie es hinkriegen, auch diese Leerzeile zu zählen. Und dafür gibt es die Funktion Values. Ich habe hier nochmal genau das Gleiche. Values statt Distinct. Der einzige Unterschied ist, Values nimmt diese Leerzeile mit. Wenn ich darüber ein Count Brows mache, müsste ich eben 367 rauskriegen. Und siehe da, jawohl. Mit Blank, also über Values, gibt 367 aus. Die ist also da. Darüber kann ich das nachweisen, obwohl ich es hier ja sowieso sehe. Okay. So weit, so gut. Jetzt zu dem Problem, das Frank erst hatte. Bis hierhin war er von alleine gekommen. Aber ihm war nicht klar, dass das hier auch mit ein wesentliches Problem darstellt. Ich will natürlich auch meine Versende von heute wissen. Oder meinen Versand von heute. Dafür habe ich hier genau das gleiche Measure wie für die Bestellung von heute gebaut. Ich gehe hier schon mit Summe versandt auf das Measure, dass die Summe über die Wertspalte mit dem Use Relationship bildet. Und sage zusätzlich Kalender, relativer Tag soll 0 sein. Und wenn ich das jetzt reinhole, genauso wie ich hier vorne diese 57.000 bei den Bestellungen erwartet habe, würde ich jetzt hier die 8904 erwarten. Und zwar sowohl im Gesamtergebnis im Wesentlichen. Und jetzt pass mal auf, was passiert, wenn ich das reinhole. Die 8904 gehören dazu. Aber auch die 48.653, die hier unter Blank verbucht sind. Die werden zu 57.557 aufaddiert. Witzigerweise genau der gleiche Wert wie hier, aber das ist Zufall. Wie passt das zusammen? Warum werden nicht nur die Werte von heute genommen, sondern auch die von Blank, also der Datensatz, der für die referenzielle Integrität gebaut wird? Dazu muss man Folgendes verstehen. Wir sagen ja, die Kalendertabelle soll so gefiltert werden, dass in relativer Tag der Wert 0 auftaucht. So, und jetzt musst du dir Folgendes vorstellen. Wir haben ja jetzt, ich filtere das nochmal auf 0, 0, relativer Tag ist 0. Wir haben in dieser Tabelle, also nachdem der Filter gesetzt wird, anscheinend nur eine einzige Zeile, aber es täuscht. Durch den Filter, den wir setzen, ist gleich 0, behalten wir auch noch die Leerzeile übrig. Die können wir hier nicht sehen, nicht sichtbar machen. Aber in Power BI ist es wie folgt. Diese Zeile wird eingebaut und sie hat in jeder Spalte, also in jeder Zelle, den Wert Blank. Jeder Einzel. Und in Power BI ist es leider so, und das muss ich hier mal in einer Karte vergegenwärtigen. Ich baue mal einen Testmeasure ein. In Power BI ist es so, Test, ähm, Blank 0 ist gleich Blank Ich prüfe jetzt, ob in DAX Blank und 0 gleich behandelt werden, ob das das Gleiche ergibt. Zieh das hier mal in die Karte und ich kriege ein True zurück. Für Power BI ist Blank und 0 nicht dasselbe, aber in einer Gleichung wird es gleich behandelt. DAX sagt, Blank und 0 werden gleich behandelt. Das heißt, durch den Filter, den ich hier setze, Kalender relativer Tag gleich 0, bleibt in der Kalendertabelle, dadurch, dass wir durch die Einhaltung der referenziellen Integrität diesen leeren Datensatz in der Kalendertabelle nicht sichtbar hinzufügen, dieser nach dem Filter mit übrig. Geht da nochmal rein. Wir haben ja also zwei Zeilen. Nicht sichtbar. Aber sie sind da. Was zum Effekt hat, dass von der Kalendertabelle aus natürlich der Filter gesetzt wird auf den dritten September und auf alles, das keinen Wert hat in der Fakten-Tabelle, in der Spalteversanddatum. Das ist der Grund, warum hier sich diese Summe zusammensetzt aus diesen beiden Werten, nämlich den korrekten Werten von heute und allen Werten, denen nichts gegenübersteht. Und damit hatte Frank zu kämpfen und ganz ehrlich, logisch hat man damit zu kämpfen. Geht gar nicht anders. Das muss man mal irgendwo gesehen, gelesen oder schmerzhaft selbst erfahren haben. Wie kommt man da jetzt ran? Wie kriegt man das behoben? Ich möchte dir mehrere Varianten anbieten. Zu guter Letzt möchte ich dir zeigen, wie ich es anders modellieren würde. Variante Nummer 1, das zu lösen, ist denkbar simpel. Ich kann hier das Ist-Gleichzeichen ersetzen durch ein doppeltes Ist-Gleichzeichen. Dadurch, dass ich hier 2 Ist-Gleich gesetzt habe, bleiben hier nur noch die 8904 des heutigen Tages. Was zur Hölle sind 2 Ist-Gleichzeichen? Ich gehe mal auf die wunderbare Seite meiner italienischen Kollegen Marco und Alberto, nämlich DAX.guide. Und das Doppelte Ist-Gleich ist das sogenannte Strictly Equal To. Also das Strikte Ist-Gleich. Wenn DAX so fungiert, dass Blank Ist-Gleich-Null True zurückgibt, also wahrheitswertig, dann muss intern ja schon eine gewisse Konvertierung stattfinden, weil Blank, also nichts, und der Zahlenwert Null sind nun mal nicht dasselbe. Sie werden aber gleich behandelt. Dieses Doppelte Ist-Gleich sagt, es muss exakt dasselbe sein, ohne interne Konvertierung, ohne irgendwelche Annahmen im Hintergrund. Und durch dieses Doppelte Ist-Gleich sorgen wir dafür, dass wirklich auf strikte Gleichheit geguckt wird. und dadurch fällt dieser leere Datensatz halt raus und wir kriegen das Ergebnis hier wie gewünscht. Das ist meine Variante Nummer 1. Meine Variante Nummer 2 wäre, den Filter nicht auf der Kalendertabelle aufzusetzen, sondern beispielsweise zu sagen, ich nehme den mal raus hier, ich kommentiere das aus mit 2 minus, dadurch wird das grün, man kann das schlecht sehen, aber es ist so. Ich kann hier auch sagen, dass die Datumspalte der Kalendertabelle Ist-Gleich Today sein muss. Die DAX-Funktion Today gibt auch immer den heutigen Tag zurück und dann filtre ich meine Kalendertabelle eben auf dieser Basis. Wenn ich das mache, kriege ich hier überall diesen Wert. Das ist im Zweifel nicht gewünscht. Du siehst, ich kann hier weit scrollen. Deswegen setze ich um diese Filterbedingungen noch ein Keep Filters herum. Das sagt, dass auch der in der Visualisierung befindliche äußere Filterkontext, also die Zeilenbeschriftung in dem Fall, mit in den Filter einfließen muss. Es muss in ein logisches Und gebracht werden und dadurch bleiben nur die Tage übrig oder der Tag übrig, für den gilt, dass der innere Filter und der Filter der Visualisierung eben übereinstimmen und das ist nur am 3. September der Fall. Deswegen taucht auch hier das richtige Ergebnis auf. Eine andere Möglichkeit, das zu erzeugen. Ich nehme auch diese Lösung mal raus. Wäre durchaus das, was wir zu Beginn schon hatten, ist gleich 0. Aber ich könnte beispielsweise den Datentyp der Spalte relativer Tag in Text umwandeln. Text 0, also in Anführungsstrichen, ist de facto was anderes als Blank. Selbst wenn ich das Gleichheitszeichen bei einmal Gleichheitszeichen lasse. Deswegen sage ich hier einfach mal, ich setze die das wie folgt, muss das im Übrigen dann auch erst noch mal für die Bestellungen machen. Bestellungen heute genauso. Die Visualisierung wirft immer noch Fehler aus, weil ich in der Kalendertabelle erst einmal hingehen muss und mir den relativer Tag, wo ist er? Da ist er. Hier kann ich jetzt hingehen und den einfach oben über Spalten-Tools von Ganzzahl in Text umwandeln. Ist jetzt nicht die feine englische Variante, aber wenn ich jetzt zurückgehe, dann ist das definitiv was anderes, weil Index ja auch nicht, muss ich gerade mal umstellen, hier, die Variante gilt Index ja auch nicht. Blank ist gleich Text 0, die haben wir ja auch nicht, da wäre es auch false. Das wären drei Möglichkeiten, das zu ändern. Ich glaube, das mit dem doppelten Gleichheitszeichen ist hier das kürzeste, beste an der Stelle, ist für mich aber trotzdem nicht der präferierte Weg. Nichts davon habe ich Frank geraten. Was habe ich Frank geraten? Ich habe Frank folgendes geraten. Was hier ja modelliert ist, ist ein Sternschema. So sollte man sein BI-Projekt organisieren. Man sollte in Fakten und in Dimensionen unterteilen. Fakten beinhalten die zu aggregierenden Werte im Wesentlichen, Euro-Beträge, Stückzahlen, was auch immer, über die ich im Wesentlichen meistens Summen bilden möchte und um den Zahlen Kontext zu geben, wird alles, was Kontext beinhaltet, Produkte, Kalender, Vertriebsgebiete, Mitarbeiter, Kunden, in Dimensionen untergebracht. Eine Fakten-Tabelle bildet Transaktionen ab. Geschäftsprozesse, Geschäftsvorfälle. Eine Bestellung ist etwas anderes als eine Stornierung, ist etwas anderes als ein Versanddatum. Und was ich generell unglücklich finde, ist, wenn ich in meiner Fakten-Tabelle, und jetzt muss ich meine Maus wiederfinden, da ist sie, wenn ich in meiner Fakten-Tabelle Schlüsselspalten habe, in denen per Definition Leerwerte stehen. Hier wird es immer irgendwo Leerwerte geben, bei Storno sowieso. Das heißt, warum mache ich nicht drei verschiedene Tabellen daraus? Das ist am Anfang unintuitiv, aber sehr, sehr sinnvoll. Ich mache es einfach mal und hole mir Power Query hier nochmal rein und sage, von dieser Tabelle hier mache ich drei Duplikate. Duplizieren, duplizieren, duplizieren. Aus der ersten mache ich Bestellungen, schmeiße hier die anderen beiden Datumsspalten raus. Passt. Aus der zweiten mache ich nur den Versand. Schmeiße Bestellung und Storno raus und ganz wichtig, filtere auf nicht Null. Ungleich Null. Hier oben taucht es nochmal auf. Weil, wenn ein Datensatz keinen Wert in der Spalte Versanddatum hat, dann ist es noch nicht versandt worden und dann hat es in der Tabelle Versand nichts zu suchen. Und am besten fällt einem das auf, wenn man hier eben in die Tabelle Storno geht. Storno. Und hier schmeiße ich eben Bestellung und Versanddatum raus, filtere bei Storno auf. Das mache ich am besten hier drin, dann geht es am besten nicht gleich Null. Und hier bleiben eben nur die Werte übrig. Das sind meine Storno-Werte. Und dann kann ich diese Tabellen ins Modell laden. Zack. So. Hier passiert natürlich automatisch schon ein bisschen was, was ich nicht so glücklich finde. So. Hier muss ich jetzt selbst erstmal durchblicken, was hier passiert. Ach Gott. Ja, nee. Das wollen wir auf keinen Fall. Löschen. So. Die schmeiße ich mal zur Seite. Und ich will bei Versand eine Beziehung hierin haben. Und dahin natürlich, ähm, das soll keine bidirektionale Beziehung sein, um Gottes Willen. Nein. Das ist von Storno. Storno ist die viele Seite zu eins. Jawohl. Und auf Einfachstellen. Jawohl. Bei den Bestellungen hat er mir ja auch noch irgendwas mit reingehühnert. Das will ich natürlich auch nicht haben. Ähm, dann nehme ich hier das Bestelldatum dort oben hin. Sag ich auch, Bestellung ist die viele zu eins. Jawohl. Einfach. Und bei den Stornos möchte ich auf keinen Fall zu den Bestellungen eine Beziehung haben. Jawohl. Und nehme das Storno-Datum hier oben mit hin. Und Stornos auch, die Many-Side der Beziehung viele zu eins. Einfach ist richtig. Und arbeite dann hiermit. Ich habe jetzt im Prinzip aus einer Fakten-Tabelle drei gemacht. Und das kommt einem nicht gerade intuitiv vor. Aber ich kann jetzt davon ausgehen, dass in keiner der Datumsspalten irgendein Nullwert existiert. Ich habe keine Probleme mit der referentiellen Integrität. Ja, ich muss meine Measures im Zweifel dreifach schreiben. Gerade wenn ich nachher noch mit Time Intelligence arbeite oder so. Aber das kann ich alles beispielsweise mit Tabular Editor auch automatisieren. Das heißt, ich bin hier mit viel, viel sauberer unterwegs. Selbst wenn ich größere Datenmengen habe. Die Tabellen sind ja im Zweifel schmal. Aber das hier ist die Variante, die ich frank empfohlen habe und die ich auch dir empfehlen würde. Und genauso modelliere ich in meinen Projekten auch. Das ist einfach sauberer und angenehmer damit zu arbeiten. Das war jetzt ein sehr langer Ritt durch Modellierung, DAX und ein Problem, das du vielleicht noch nie hattest. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man hier viel daraus lernen kann. Und wenn dir das was gegeben hat, gib mir einen Daumen hoch. Wenn du noch kein Abonnent bist, lass mir ein Abo da. Und ich sage wie immer danke für deine Zeit. Tschüss und bis bald. nur ein Abo, in hoher, ich sage, Untertitelung des ZDF, 2020